Die Sachtextanalyse ist eines der anspruchsvollsten Abiturthemen. In diesem Video erkläre ich dir, was es damit auf sich hat und ob es etwas für dich ist. Ja, moin moin, hier war Arnold Erklärt und Respekt, dass du schon wieder lernst. In diesem Video geht es um die Sachtextanalyse bzw. Erörterung. Abonnier meinen Kanal doch unbedingt, um noch mehr Abiturthemen kennenzulernen und dich richtig vorzubereiten. Bei der Sachtextanalyse ist erstmal grundsätzlich wichtig zu verstehen, mit welchen Texten gehen wir hier überhaupt um. Die betroffene Textsorte sind meist Leitartikel, Auszüge aus philosophischen oder essayistischen Werken, Reden. Also es handelt sich um non-fiktionale Texte, also nicht um Geschichten mit Figuren, die Handlungen ausführen, sondern tatsächlich um so Zeitungsartikel im weitesten Sinne und um gesellschaftliche Themen, die meist im Moment in gesellschaftswissenschaftlichen Diskursen relevant sind. In diesen Texten wären meist domänenspezifische Themen abgehandelt. Also Chancen und Risiken der neuen Medien, gesellschaftliche und kulturelle Bedeutung von Literatur, Theater und Kunst allgemein, gesellschaftliche Institutionen, persönliche Verantwortung, Generationenkonflikte, Erziehungsfragen, Probleme der Informationsgesellschaft, also auch Delikt-Digitalisierung, Hashtag Zwingersmiley, okay, Konsequenzen neuerer medizinischer und biologischer Forschung für das Bild vom Menschen. Also eigentlich alles so gesellschaftliche Fragen, weniger so in dem rein wissenschaftlichen Bereich, manchmal ein bisschen politisch angehaucht. Und es geht meistens um den Menschen und seinen Umgang mit bestimmten Problemen. Das war jetzt vielleicht ein bisschen abstrakt. Ich mache es mal ganz konkret. Im Abitur 2018 kam ein Text über die Frage, inwiefern die Boulevardpresse dazu beiträgt, Demokratie zu befördern. Und im Abitur 2019 kam ein Text, der das gesellschaftliche Problem fokussierte, dass heute häufig aufgrund von moralischen Vorstellungen bestimmte Diskurse in unserer Gesellschaft nicht mehr so richtig diskutiert werden. Also ihr merkt schon, sehr zeitnah, aber auch durchaus anspruchsvoll diese Texte. Ja, ist diese Geschichte was für euch? Das müsst ihr natürlich in erster Linie erstmal selbst entscheiden. Ich kann euch aber ein paar grundsätzliche Sachen sagen, die ihr mitbringen müsst. Wenn ihr insgesamt bei den Abi-Themen wissen wollt, ist das was für mich, was wähle ich da am besten? Da gibt es nochmal ein extra Video. Ich verlinke es euch gerade mal unten in der Beschreibung. Was braucht ihr für die Sachtextanalyse? Naja, ihr müsst methodisch einigermaßen sicher sein. Ihr solltet einen Text analysieren können und erörtern. Erörtern bedeutet, seine Meinung begründet wiederzugeben und analysieren bedeutet, dass man über Grammatik, über Stilformen und über Strukturen von Texten Bescheid weiß und das auch in den Griff bekommt bei einem Fremdtext. Du warst ja bestimmt schon mal beim Arzt und der hat dich dann untersucht auf Symptome, um dann seine Diagnose zu stellen. Bei der Analyse ist es im Prinzip genau so, dass du den Text untersuchst und die Symptome heraussuchst, also die Sprache, die Stilmittel, die Verfasstheit, die Ausdrücke, den Satzbau untersuchst, um daraus dann Schlüsse zu ziehen. Das Wichtigste ist aber natürlich auch hier, den Text erstmal zu verstehen. Wenn ihr mit einem Thema besonders vertraut seid, was ihr im Vorfeld des Abis ja nicht wisst, dann ist so ein Thema vielleicht für euch geeignet. Wichtig ist, dass ihr das Thema nicht nur vom Hörensagen kennt, sondern wirklich ganz spezifisch etwas dazu sagen könnt. Beziehen wir das nochmal auf unser Abiturthema 2018. So solltet ihr verschiedene Formate der Boulevardpresse unter Umständen kennen und auch ganz konkret wissen, wie diese Berichterstattung betreiben, um eben in Abgrenzung zu anderen seriöseren Zeitungsformaten vielleicht hier abwägen zu können, ob die vom Autor vorgetragenen Thesen überhaupt zutreffend sind. Ich hoffe, ich habe euch jetzt nicht so sehr verschreckt, aber ich kann euch ja eigentlich irgendwas vormachen. Ihr wollt ja schließlich im Abi auch eine gute Punktzahl bekommen und das ist definitiv ein anspruchsvolles Thema. Ja, schreibt doch mal in die Kommentare. Ist das Thema etwas für dich? Was denkst du dazu? Ist das eine Möglichkeit für dich im Abitur? Ja, fragt euch also, was weiß ich wirklich? Verstehe ich überhaupt genug von Text und Thema und habe ich denn was zu sagen? Der Schwerpunkt bei dieser Aufgabenstellung kann entweder bei der Erörterung oder bei der Analyse liegen. Was heißt das nur im Konkreten? Nun ja, wenn der Schwerpunkt bei der Analyse liegt, geht es darum, bestimmte Argumentationsweisen zu untersuchen, in einzelnen Abschnitten herauszuarbeiten, wie die Argumentationsart des Autors dieses Zeitungsartikel ist, seine Begründungen und Beispiele eben darzustellen und aber auch klarzumachen, wie er uns als Leser überzeugen will mit vielleicht sogar manipulativen Mitteln. Also übertreibt er an manchen Stellen, um eben sein Ziel zu erreichen, den Leser zu provozieren? Was hat er denn mit dieser Textart konkret vor? Das müsstet ihr leisten. Hier müsstet ihr natürlich ein bisschen Bescheid wissen über Sprachanalyse, Stilfiguren und deren Funktion. Bei der Erörterung könnt ihr zustimmen, teilweise zustimmen, teilweise widersprechen oder die Auffassung des Verfassers ablehnen. Wobei hierbei gilt, Schwarz- und Weißlösungen sind definitiv zu vermeiden. Man sollte hier möglichst spezifisch und möglichst differenziert. Das merkt man dann teilweise auch schon am Satzbau. Ich mache hier mal ein Beispiel. Ihr seht hier einige Sprachbausteine, wie man so eine Argumentation aufbauen kann. Zunächst geht man auf die These und Sichtweise des Autors ein, bewertet diese aus eigener Sicht, verweist dann auf andere gesellschaftliche Phänomene, sprich man bringt Beispiele oder Belege für die eigene Position oder auch zur Widerlegung und schlussendlich zieht man nochmal ein kleines Zwischenfazit, um dem Leser nochmal klar auszuweisen, was denn jetzt eigentlich festgehalten wurde. In diesem Zusammenhang werdet ihr vor allem hypotaktischen Satzbau benötigen. Hypotaxe ist Hauptsatz und Nebensatz. Das sieht man bereits an den Konjunktionen da und das. Also bei differenzierten Argumentationsweisen müsst ihr wirklich darauf achten, dass die Sätze entsprechend auch logisch verknüpft sind. Da muss man natürlich auch einiges dazu sagen und kann auch Querverweise auf Bereiche bringen, von denen man besonders viel weiß. Häufige Fehler in diesem Zusammenhang, also die absoluten Don'ts dieser Schreibart sind, dass der Text vielleicht nicht verstanden wird. Oder noch schlimmer, dass der Schreiber noch gar nicht versteht, dass er den Text nicht versteht. Das ist so das Schlimmste, was überhaupt passieren kann. Ganz fatal wäre auch nur, der Text wird praktisch erstmal nur wiedergegeben und später stimmt man dem Autor nur zu. Man sagt, ja, das hat er gut gemacht. Also, dass die Gedanken, die in dem Text und die eigene Position nicht so klar getrennt sind. Auch wenn man zustimmt, muss man die Position des Autors noch bereichern, vielleicht mit eigenen Beispielen, Querverweisen, Dingen, die er vielleicht noch vergessen hat. Also hier gibt es dennoch Möglichkeiten, eigenständige Gedanken mit einzubringen. Ihr solltet natürlich im Text herausarbeiten, was sind die zentralen Gedanken und Leitbegriffe und mit denen auch umgehen. Wenn hier nämlich lediglich ein Teil herausgearbeitet wird, würde die Darstellung unvollständig. Insgesamt ist der Aufbau dieser Schreibform ganz typisch, so wie bei vielen Schreibarten. Man hat eine thematische Hinführung, ein Aufhänger, ein Zitat. Man kommt dann mit einem Basissatz, nennt hier erstmal die allgemeinen Fakten. Also, wer hat es geschrieben, in welchem Kontext veröffentlicht, mit welchem Titel und um was handelt es sich hier. Also, ein Zeitungsartikel zu diesem Thema, mit diesem Inhalt, mit folgender Wirkung und Intention des Autors. Ihr gebt den Inhalt im Analyseteil möglichst genau wieder, anders als in der Inhaltsangabe, sogar mit Belegen. Und im zweiten Teil setzt ihr euch mit dem Text dann erörternd auseinander, wenn der Operator sagt, erörterere oder wäge ab. Schlussendlich könnt ihr euer Fazit ziehen und hier auch nochmal einen Ausblick geben. Ich würde euch in jedem Fall bei jeder Schreibform immer empfehlen, schreiben, schreiben, schreiben. Schreiben lernt man nur durch Schreiben. Ist wirklich wichtig. Wenn ich euch erkläre, wie man jongliert, werdet ihr es nicht können. Erst wenn ihr die Bälle selber in die Hand nehmt und ein paar Umdrehungen macht, wird es nach und nach klappen. Beim Schreiben und bei allen anderen Bereichen im Leben ist das nicht anders. Ich drücke euch die Daumen im Abitur. Schaut euch doch noch mein anderes Video an, in dem ich euch empfehle, welche Schreibart ihr vielleicht im Abitur für euch auswählen könnt. Schaut euch auch die Abitur-Playlist nochmal an, um gut vorbereitet zu sein. Ich drücke euch den Daumen. Abonniert doch bitte meinen Kanal, um noch mehr zum Abi und anderen Schulthemen zu erfahren. Lasst mir einen Daumen da, wenn es euch gefallen hat. Macht's gut, bis dann. Ciao. Halten wir fest, wer die Sachtextanalyse bzw. Erörterung im Abitur nimmt, der muss sich mit dem Thema auskennen. Das Ganze solltet ihr unbedingt schreibend üben, denn nur durch das Erklärvideo werdet es nicht verstanden haben. Fragt euch, kenne ich das Thema und achtet unbedingt im Abitur auf den Operator, ob ihr nun also analysieren oder erörtern müsst. Ich drücke euch die Daumen. Viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal.